Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sherwood Parkfarm. Heute mit dabei der Dominik, der Boxstrash und der Leo. Guten Tag. Danke. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Ladewagen geschnappt. Wir müssen ein bisschen Stroh holen jetzt, damit es ein bisschen flotter vorangeht. Aber wenn irgendjemand von euch Zeit hat, kann er mir ruhig helfen. Wir haben nur einen Ladewagen, oder? Ja, aber wir haben noch jede Menge Ballen, die auf dem Hof müssen. Das muss auch komplett gemacht werden. Ja, wenn du die Anhänger abgestellt hast, dann passt sie eigentlich, oder? Oben. Wo waren das Feld, wo wir geerntet haben? Drei? Drei liegen Ballen. Nein, das machen wir nicht hin. 22. 22? Ja. Ja. Auch als ob ich das jetzt sogar runter machen muss, wenn ich es konfigurieren will, das Schneidwerk. Ja, du musst es auf Schneidwerkswagen leider runternehmen, weil das dann sie erkennt. Ja, aber am Schneidwerk sagen, kannst du doch nichts konfigurieren, oder? Doch. Was denn? Farbe. Die Farbe. Ah, die Nummer. Farbe und irgendein Geschwindigkeitsschild, glaube ich, auch, oder so. Alter. Ah. Und unter den Meckartbox rum, raum ich so lange, aber auch bis zum Feld, ne? Ja, gut. Ich wusste ja nicht, dass mal das so noch krass konkurieren muss. Mhm. Das kostet, glaube ich, aber jedes Mal 2.000 Euro, ne? Ja. 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 Okay. Ja. Juckt uns nicht. Nö. So, konfigurieren. Wir haben das Geld. Ja. Ähm, was war's denn jetzt? Was muss ich auswählen? Ähm, warte. Boxer. Boxer. So, Boxer. Ja. Machen wir mal fest, dann gehst du auf konfigurieren, dann ist ganz oben Halm-Teiler steht da. Ja. Da machst du Raps-Messer hin. Lass euch das Ding hier stehen, ne? Machen wir das abwanden. Siehst du, Boxer? Hier? Komm. Hier vorne sind jetzt Messer dran. Ah, da, okay. Ich hab's auch nicht gewusst. Das macht so viel aus? Ne, das kostet so viel. Ja, das auch. Ne, 500 kostet übrigens mal. Achso. Nein, 1.500. Achso, ja. Stimmt. Ah, ich wollte es schön reden. Ja. Erstmal den Preis dritteln. Boxer. Brauchen wir noch mehr Ballen? Ne, ne? Nein, definitiv nicht. So, gelagert meine ich dir. Lass dich, ich schmeiß mal deinen Kompost einfach rein. Ja, können wir gerne machen. Weil dann fährst du das jetzt zu dem Holz-Ding, oder? Ja, ich fahr beim Holz-Ding ganz vorbei, ja? Wobei ich die Logik noch nicht ganz verstehe, weil genau gegenüber von dieser Holzproduktion ist eine andere Produktion, wo du keine Brennstoffe reinwerfen musst. Und die läuft schon. Und da kommen schon Paletten raus, Kisten raus, Fässer raus. Da ist schon alles fertig. Ja. Dort haben wir nicht verstanden. Ja. Da muss ich alles verstehen, glaub ich. Ja? Was? Okay. Nix. Hast du nicht verstanden? Ne. Okay. De, 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 de. Ich sehe jetzt, dass das vorher jemand aus dem TS geschrieben hat. Läuft. Ah. Ja, gut. Was, wie, wo? Da warst du nicht da. War ich nicht da. Da warst du nicht da. Ich war da. Glaubst du? Dürftig ihn? Oh Gott. Wie viele Beine hast du gestapelt? Ach. Also wie hoch? Bis zum Rand, oder bis zur Oberkante des Anhängers. Ich glaube es waren vier. Du wolltest wahrscheinlich kurz vor der Anfang überholen. Das ist richtig. Shit, das weiß ich gar nicht mehr. Es könnten auch drei gewesen sein. Ne, es waren drei, ja. Dein war... Ja? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe dann erst gesehen, dass das Ding gut hat. Und deswegen kannst du, glaube ich, auch vier hoch machen. Boxe, bitte. Du wolltest etwas sagen. Ja, tut mir leid für das reinreden. Ja, ich gebe es einen Punkt. Weiter. Landsburg? Ich habe noch keinen. Was? Sein Erster. Sein Erster? Der Erster wird immer mit einem, äh, Besäufnis gefeiert. Boxer? Der hättest uns ein. Und dann musst du noch mal einen Punkt einfragen, weil dann hast du, ne? Zwei an einem Tag. Was ich fragen wollte. Soll ich noch mal eine Runde vor Gewände machen? Ja, sicher. Okay, Chef. Die Frage eine. Boxer, hol dir aber bitte den Kurs. Auf der 1. Ach, hier sieht's ja aus. Heidewitzka. Kann ich das hier... Ah. Ah. Hast du gefunden oder hast du nicht gefunden? Ja, ich muss gerade erstmal aufmachen hier das Ding. Wurde aber nichts angezeigt oder wahr? Gut. Ah, doch. Geht alles rein. Sehr schön. Ich mach mal ganz kurz Zeit hoch. Nur ganz, 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 ganz kurz. Ähm, haben wir Pflanzenstämmen eigentlich aus? Müsste. Boxers Hass. Ja, alles gut. Perfekt. Sehr schön. Das läuft hier. Also unsere Holzproduktion geht ganz gut voran. Das ist gut. Kommt auch ohne Mitarbeiter klar. Ja. Ist komplett maschinell hier, ne? Das ist genau Leos Ding, was hier läuft. Anmachen und läuft von selber. Ist der Leo eigentlich auf dem Minecraft selber auch so, dass er nur Sachen baut und dann einfach weg ist? Ja. Weil die Arbeit macht sich dann alleine? Ja. Ich hab gehört, dass hier ein paar Leute den Streich gespielt haben, Leo. Nein. Dass die irgendwelche Sachen verschwinden haben lassen. Ja, ist furchtbar. Achso. 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 Nein. Habt ihr da eigentlich alle so ein Haus oder? Nö. Gemeinschaftsgedöns? Weißt du, Sky-Dingsbums, falls du dich noch erinnern kannst. Sky Factory? Ja. Achso. Ja gut. Haben wir nicht, Dominik. Aber einen eigenen Abfahrer haben. Ne. Bekommst du nicht. Selbst ist der Mann. Mann auch. Hast du für die Kante unten auch ein GPS irgendwie genutzt? Nein, Buxer. Gott. Du kannst ja gerade treffen. Ich kann halt gerade fahren. Was? Genau war der Dominik, ne? Der hat schon ganz viel Übungen auch vom Mod-Server her. Ja. Das ist absoluter Quatsch. Warum? Wer ist denn der Meister da auf dem Mod-Server eigentlich? Also. Ja, der gerade da ist. Was? Was meinst du mit Meisterboxer? Ja. Ja, genau. Chef. Oh, jetzt. Kann er mich sagen? Ich weiß noch zu 13er Zeiten, glaube ich, war das LS13. Was LS13 oder LS15, weiß ich nicht mehr. Auf dem Public-Server. Kamen Leute auf dem Public-Server. Erste Nachricht, wo sie reinkamen. Wer ist hier Chef? Und die zweite Frage war, kann ich Admin werden? Ach. Diese Public-Seiten. Was war denn das? Das. Vermisst ihr das, sowas? Also solche Public-Server, sagen wir mal. Ähm. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich würde es mir nicht nochmal antun. Ne. Es ist einfach entspannter, muss man sagen, ne? Also so einfach schön nochmal spielen. Ja. Ich meine, das andere war jetzt auch nicht, äh, jetzt, äh, ein Albtraum, ne? Ach Quatsch. Dann hätte ich's ja, hätte ich vielleicht auch nicht gemacht. Hätte ich's auch gerne gemacht. Da, 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 da. Also irgendwer, der mal Zeit hat, könnte hier den Johnny wegnehmen. nehmen, der hier noch auf dem Feld 22 rumlümmert. Äh, was macht denn der Leo eigentlich? Waldstabeln. Ah, okay. Hast du den Anhänger schon mitgenommen? Ja, ne? Ja. Sehr schön. Okay, okay. Haben wir das schon mal gefragt? Haben wir ein Lager für Stroh? Nee, ne? Ja, bitte. Äh, ich weiß nicht, ob das in das große Lager reingeht. Guck gleich nach, ja. Boxer, du hast noch nicht bei uns trashing gelernt, ne? Das Rohr bleibt immer draußen. Ja, ich fahr aber nicht durchs Getreide und tankt Boxer ab, ne? Nee, nee. Ich habe erst 60%. Ja, und Boxer immer abtankt, weil es... Ja, aber wir haben ja keinen Updriver heute. Also, keinen festen. Ja, das kann sich ganz schnell ändern. Da nehmen wir zum vollen Case rumfährst, ne? Merkst du erst, wie hügelig die Map eigentlich ist. Rauf, runter, rauf, runter. Links, rechts. Hat schon was auf jeden Fall. Ja. 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 Okay, wollen wir mal testen, ob das hier einzulagern ist oder nicht. Also, wir haben eigentlich genug Ballen, ne? Aber nur mal zum Testen. Ob das denn hier funktionieren würde. Äh, haben wir gesagt, wir werden den Kompost fürs Dünger verwenden oder verkaufen wir den? Ich glaube, erstmals wollen wir den verkaufen. Da wäre man auch kein Miststrahl, glaube ich, oder? Das ist so, äh, positiv. Also Stroh kannst du tatsächlich einlagern hier. In dem ganz großen? Ja. Krass. Genauso wie Saatgut kannst du auch einlagern. Heu lese ich hier auch. Silage auch. Da geht, glaube ich, alles rein. Gras? Hier geht alles rein. Wie läuft unsere Saatgutproduktion? Äh, du, ich gehe jetzt mal gucken. Haben wir gestartet schon? Ja, Simon hat die da fertig gemacht, oder nicht? Ne, hier ist... Ah, doch. Es sind 6331 Körners fertig. Es fehlt Getreide. Oh, das haben wir eigentlich... Haben wir ja gerade geerntet. Kann man da... Ja? Kann man da Raps reintun? Ist ja auch Getreide, ne? Äh, glaube ich, glaube ich, nur helle Getreidefrüchte, oder? Wenn du da Raps reintun würdest, würde jeder Atmen dir den Finger abhacken. Ganz nebenbei. Also, Weizengerste, ja. Aber Raps lohnt sich, glaube ich, gar nicht, dass man das zu Saatgut macht. Weil Raps viel wert ist. Richtig. Richtig. No, deswegen. Das gute alte Weizen kannst du reinknallen. Da wäre man gerade genug Weizen geerntet. Sehr schön. Ist es in Ordnung, wenn ich mich jetzt hier abtanke gerade? Ja, natürlich. Du musst aber immer im markierten Bereich sein dafür, ne? Warten noch auf den Tag, wo es so ein Mod gibt. So eine Sprühmarkierungen, wo dann die Leute irgendwelche Sprühmarkierungen auf der Map machen können. An Bäumen, das würde ich richtig cool finden. An Bäumen, ja. Oder so wie beim Fußball, ne? Wie der Schiedsrichter hier diese Linie jetzt ziehen kann. Also. Schaumgedöns. Ja. Kannst du am Hof aufschreiben, ne? Spieler 1 macht das Feld, Spieler 2 macht das Feld. Oh, da kann man so viel schmutzige Sachen mitmachen. Ei, ei, ei. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch ein bisschen dran bin. Du auch, Leo? Ja. Dauert noch ein bisschen, ne? Ja. Aber bis jetzt ist das nicht einmal umgekippt. Wie hoch hast du gemacht? Die Ballen. Ja, gut. Da kann man schon mal klatschen. Ja. Ich habe gar keine Hand frei. Beide Hände am Lenkrad? Eine Lenkrad, eine Konsole. Und mehr habe ich nicht bekommen. Bei dem Big-Buddy-Zene. Ja. Oder Add-On. Wenn man das per oder als DVD kauft. Ja. Dann ist in der Verpackung ein Gutschein drin für dieses Eye-Tracking. 25% Rabatt. Woher weißt du denn das, Box-Fresh? Wir haben tatsächlich einen zugeschickt bekommen. Nein. Noch ein Pressemuster von Astragon. Nice. Also eine Bahn, 35% Stroh voll im Ladewagen, ey. Deswegen dachte ich mir, dass wir es vielleicht irgendwie schneller hinkriegen. Aber das geht nicht. Ich weiß keine Möglichkeit tatsächlich. Also es wäre möglich, das zusammenzuschieben auf dem Feld. Ja, aber was bringt der? Dann hast du einen Haufen Stroh auf einer Stelle vom Feld. Förderband. Ja, und dann? Ein Hänger. Es ist, glaube ich, dauert länger. Weiß ich nicht. Wir müssen halt echt gucken, dass wir jetzt mit dem Stroh hier verdammt viel Kompost machen und den Kompost verkaufen, damit wir uns diesen Roadtrain leisten können. Das wäre echt geil. Was hat das denn mit Strohsammeln zu tun? Ja, dann könntest du theoretisch alles zusammenschieben und in den Roadtrain reinpacken. Dann macht es Sinn. Ja, ob das aber schneller geht, glaube ich nicht. Ja. Haben wir eine Fliegelüberladestation mit drin? Es gibt keine Fliegelüberladestation. Nein? Das war der 15er. Außer ich bin schlecht informiert, das kann natürlich auch sein. Ich weiß da auch nichts von. Ich weiß es nicht. Ich habe das halt damals mit einem Terra-Dingster-Tera-Files gemacht, oder wie das heißt. Ja, das war dieser Hänger, der auf der Seite dann aufklappt, wo ein Rohr hinten rausgeht. Oder so ein Überlader. Nee, nee, nee. Im 17er. Diese... Aufsammelgerät. Kann der alles aufsammeln? Es gibt ein Multifrucht-Aufsammelgerät. Ach so. Ah, so meinst du. Ja, aber weißt du, was das kostet? Das kostet eigentlich nichts, ja. Ja. Ich muss sagen, ich finde die richtig cool, die Geräte. Ich habe ja noch nie mitgearbeitet. Also, jetzt schämst du dich auf eine Boxe, ne? Keine Boxe. Oh, nee, du. Da können wir mal in der nächsten Folge noch drüber sprechen. Ich meine, natürlich wird auch eine Fräse funktionieren, aber die funktionieren eher schlecht, das Recht, glaube ich. Kennt ihr diese Fräsen mit dem Rohr dran? Ich habe das mal benutzt, das ist gar nicht so geil. Egal. Liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.